kurzes info video für euch wir sind gerade zurück vom ersten tag der world series qualifiers und ja eigentlich hatte ich geplant jetzt noch den vlog zu schneiden so dass ihr den morgen sehen könnt aber gibt ein kleines problem und zwar habe ich leider alle aufnahmen die ich mit der gopro gemacht habe im falschen format aufgenommen und müsste die erst umwandeln das sind mehrere stunden material die ich da umwandeln müsste bevor ich sie schneiden kann und das würde es einfach keinen sinn mehr machen denn wir hatten letzte nacht schon eine sehr kurze nacht also ich bin gegen eins ins bett und mussten kurz vor fünf aufstehen und von daher möchte ich nicht noch mal so eine kurze nacht jetzt haben also ich glaube dann würde ich dort beim event einschlafen deshalb jetzt dieses info video den vlog werde ich zusammenfassen also beide tage samstag und sonntag dann in einem video und das werde ich auf der heimfahrt schneiden da bin ich acht stunden unterwegs habe genug zeit und ja dann wird es einfach dieses video für euch am montag geben dann können das euch in alle ruhe angucken und ja ich werde einfach schauen dass die besten react und so weiter einfangen noch morgen und ich hoffe ihr hattet viel spaß wenn ihr den livestream geschaut habt wenn nicht dann macht es auf jeden fall ist es richtig richtig spannend fab hat für einige überraschungen gesorgt und ja mehr will ich jetzt gar nicht verraten solltet ihr es noch nicht mitbekommen haben würde mich auf jeden fall freuen wenn euch dann am montag das video anschauen würdet und in diesem sinne wünsche ich euch noch ein schönes restwochenende haut rein euer Alobo euer Alobo